Das letzte September-Wochenende ist noch ein richtiges Sommer-Wochenende. Also SLS-Fahren ist angesagt. Tanken muss man natürlich, auch wenn man seine Runden drehen will. Aber das verschmerzt man, denn das Fahrzeug ist klasse. Wir fahren gern mit dem SLS. Seit einem Jahr habe ich den SLS in den USA. Und hier in Deutschland habe ich immer wieder Glück, mal wieder einen zu bekommen. Heute hatte ich von Alfalterbach den GT AMG 6,3. Und wir sagen euch mal heute, wie toll das sein kann, einfach den Sound dieses Fahrzeuges zu hören. Und wir haben einen Traum. Das ist unser SLS und wir hören uns beide nicht. Ich werde es aber nachher nochmal laut synchronisiert. Na, wo wir sonst hier runterfahren, dann heute hat man 2.210. Und den Sound so richtig gut, die offenen Scheiben zu hören. Noch 80 Stunden. Und auch Richtung Hühnerhof haben wir es krachen lassen, wie die Jugend heute sagt. Wir haben draufgedrückt und bei 190 haben wir dann schon ein bisschen abgebremst, weil der Hühnerhof kurz vor dem Kreisverkehr dann in Sicht kam. Der Sound war für uns das Maßgebende heute, am letzten Sommerwochenende im September. Und ich freue mich riesig wieder auf mein Baby in den USA. Aber in Deutschland Autofahren ist einfach nochmal ein Kick mehr als bei uns. Und wie ihr seht, das Auto ist ganz geblieben. Die Bremsscheiben rauchen nicht. Alles okay. Danke AMG. Danke.